Panzer, ich begrüße Sie. Herzlich willkommen, VTGC, Mission Nummer 5. Hier spricht euer Kaki heute mit der Panzerstimme. Das ist wunderbar, meine Freunde. Wir gehen hier wieder richtig steil bei dieses Scheiße hier. Ich glaube es nicht. Es dreht sich um Folgendes, meine Freunde. Es dreht sich um Folgendes. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen Sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferung verschrauben. Schau auf nach Sierra Leone in Afrika, ne? Meine Freunde. Und was gibt es in Afrika noch? Richtig, Äthiopien. Und warum gibt es da keinen Milchreis in Äthiopien? Weil es da keinen kleinen Hunger gibt. So, das war jetzt der kleine Eisbrescher. Ich, äh, bald ist immer mal nicht so zack aufgetaucht. Hier, Wasser raus. Boom, da kommt Job. Und, wo kommt er denn her? Das ist Price. Ich glaube es nicht. So, wir stapfen durchs Wasser. Wieder aufgetaucht. Wunderbar. 5. Oktober. Sierra Leone. Sondereinsatzkommando. 1-4-1 verleugnet. Sprich Deutsch oder schluck erst mal Ruhnet, ruf Fotze. Nimm gefährlichst die Socke aus dem Mund, mein Freund. Du kriegst nämlich jetzt erst mal Messer in den Hals. Zack, Salto. Wunderbar, du solltest zu den Olympischen Spielen gehen. Es geht weiter. So, wir springen da hoch. Klappt nicht, du kleiner Spassiker. Wir warten noch kurz. Zack, es klappt doch. Wahnsinn. So, weiter geht's hier um die Ecke. Da ist der Erste, der sterben muss. Kabam in deine Arsch, Falti. Okay, und dir schieße ich erst mal schön in die Spanrein. Ich glaube es nicht. Das ist unglaublich. Guck mal, ein kleines Wuffi, Hundi, Puffi, Kuffi. Lauf weg. Nein, schaffst du nicht. Macher. Stirb Kartoffel. So. Zack, wieder zurück auf die Sniperknarre. So, sie werden den armen Penner abfackeln. Nee, Alter, nicht, bevor ich das verhindern kann. Zack. Boom, was tust du nun? Was machst du denn? Oh, zack, noch eins. Boom, in deine Schulter. Du hältst echt viel aus. Wo bist du eine Männer? Schuss in die Schulter und du stirbst direkt in der riesigen Blutlache. Super, so okay, auf dem Boden. So, Price und Soap laufen da rum. Beide Volkes, go. Yeah, wir dürfen nicht schießen. Es sind angeblich zu viele Ziele. Im Prinzip müsste ich jetzt einfach mal aus Protest schießen, so. Aber gut. So, guck, da sind zwei. Die hätte ich jetzt beide holen können. Und der Typ da hinten kriegt jetzt erstmal ein Heddy in dein Gesicht. Bam. So, weiter geht's. Wir laufen hier links. Wir laufen hier rechts. Wir laufen hinter den Zaun. Und wir müssen von der Straße runter. Wir müssen uns jetzt in den Dreck legen. Oh mein Gott, Price. Wasch dir mal wieder deine Füße. Du stinkst echt abbärmlich. Das ist unglaublich. Auf die AK mit Schalldämpfer. Zurück auf die M14 EBR mit Schalldämpfer. So, da liegt Soap auch irgendwo im Dreck. Jungs, ihr steht echt drauf. Haben wir mal. Ihr solltet echt mal zu einem Schlamm-Catch-Kampf gehen. Oh Gott, Soap. Wasch dir deine Füße auch am besten mal. Sie stinken wie Gouda-Käse. Sechs Wochen in der knallenden Sonne. Wir laufen in dieses kleine Häuschen rein. Sekündchen warten, sagt er. Zack. Stellen sie einfach mal offensichtlich in die Ecke. Und irgendwie sehen sie uns trotzdem nicht. Zack. Das wäre meine Chance gewesen. Aber wir dürfen hier an der Stelle ja, glaube ich, nicht schießen. Finde ich recht öde. Ich hätte sie mir alle gerne geholt. Alle, alle, allesamt, allesamt. Einfach töten, 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 töten. Auf die AK. Zwei Jungs auf der Brücke. Hinten fährt ein Truck weg. Zack. Ich scope dir schon mal voll in deine Rübe. Und du kriegst einen voll ins Rückenmark. So. Wie nennen wir das heutzutage? Richtig. Das war ein gefällter Arschfick. Denn der war viel zu hoch. Ich glaube, meine Videos sollten ernsthaft ab 18 sein. Bei diesen harten Beleidigungen, die ich hier äußere. Oh mein Gott. High Five. Nice Soap. Er will High Five haben. Christoph war nicht von mir. Hättest du dir so gedacht? So. Stell uns mal hier hin. Soap. Preis packt sich hin. Zack. Den Kopf an die Wand. Messer hinter den Nacken. Das ist echt brutal. Ich hätte ihm jetzt sowas von in die Halsschlagader schießen können. Aber dann wäre die Mission auch schon vorbei gewesen. Deswegen habe ich mich spontan entschieden, das nicht zu tun. Wir müssen diese Leite da hoch. Also klettern wir einfach mal die Leiter hoch. Kletter, 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 kletter. Voll unauffällig. Er springt voll. Und Mr. Kanister. Ich hau dir voll in den Hals. Bam. Ketär. Was willst du dagegen tun? Gar nichts. Denn du bist tot. Ha ha ha. So. Ist dieser Tür da unten. Kommen gleich zwei Jungs raus. So. Das ist der Erste. Und dahinter ist direkt der Zweite. Eigentlich habe ich gehofft, sie laufen hintereinander. Dann hätte ich nämlich einen Schuss, zwei holen können. Aber wollten sie nicht. Das heißt, ihm schieße ich dann nochmal einzeln ins Bein so rein. Und warum? Weil ich es kann. So. Mr. Kanister. Zack. Und das haben die beide gar nicht mitgekriegt. So schnell ging das. Wann sie sind, wie ich sie getötet habe. So. Und da schieße ich jetzt bei den dreien erstmal aufs Dach. Muhaha. Und dann hole ich mir erstmal zwei und den anderen direkt hinterher. Sie laufen da hoch. Man sieht die Beschützung. Das ist echt sagenhaft. Zwei Jungs laufen da rum. Im Alleingang. Zack. In so eine Fabrik rein. Aber. Die Fabrik ist leer. Was leeren wir da draus? Das ist dumm gelaufen. Price. Das merkst du selber, oder? Unglaublich, oder? Da merkst du, wie doof du bist, Junge. So, dann fangen wir mal an hier mit, äh, ne? Ein, zwei, und drei, und vier, und fünf. Weiter geht's. So, die Nummern drei bis sechs bitte zum Mal schießen. Danke. Beste Laune. So, weiter geht's. Zack. Splittergranate ins Nichts. Irgendwo Schüsse. Zack. In deine Beine. In deine Brust und in dein rechtes Knie, du Fotze. Zack. Da hab ich dir aber hart gegeben. So, wir laufen die Treppe hoch, drehen uns um. Er springt direkt in den Tod. Das macht Spaß. Er da hinten ist irgendwo hinter den Dingern. Keine Ahnung, wer ist so. Er setzt sich da hin. Mr. Canister hier vorne jetzt gleich hat sich eindeutig die falsche Deckung gesucht. Denn Mülltonnen sind nicht ganz so sicher, wenn man sich daneben stellt. So eine Deckung ist da, um sich dahinter zu stellen, wollte ich mal so erwähnt haben. Warte, wer bist du denn? Du hast es gefährlichst so zu sein, Alter. Zack. Dir in die Schulter. Geballet. So. Er rennt da raus. Rennt dann wieder da rum. Er rennt die Treppe runter in seinen sicheren Tod. Denn er rennt genau ins Kreuzfeuer. Zack. Voll Idiot. So. Weg mit dir. Nochmal gucken. Hier ist eindeutig nix mehr. Gut. Laden wir nach. Und dann gehen wir auch mal diese geile Treppe runter. Wir hassen Treppen. Wir wissen es ja aus einer der anderen Missionen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Treppen sind echt scheiße. Er springt da runter. Ist dann aber doch von einer Granate getötet worden, die auf dem Boden lag. Ganz schön doof. So. Wir schmeißen eine Flashbang da hin. Zack. Er steht da so rum. Das ist aber Price. Und er springt vom Dach. Nö. 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 So geht es ja nicht. Also wirklich. Ich muss ja schon wirklich bitten, dass ihr endlich aufhört, alle einfach so in meinen Schuss reinzulaufen. Macht ja gar keinen Spaß so. So. Er sitzt da rum. Zack. Du Schawuppe. Zack. Geben in deine räudige Fräse rein. So. Wir laufen. Wir laufen. Wir laden nach. Da ist deine Leiter. Ich hätte auch die anderen nehmen können. Habe ich gerade gesehen. Aber egal. So. Zack. Dann hier runter. Job. Job. Die neue deutsche Welle. So. Weiter geht es. Zack. Hier. Den Jungs mal ordentlich den Marsch geblasen. Und ihm in den Arisch geblasen. So. An das Geschütz, mein Freund. Zack. Hier. Hau ihn mal weg da. Zack. Boom. Wie ein Stück Dreck weggeschmissen. Unglaublich. So. Kaliber 50. In deine Metallteile. Du. Forte. Weine Gates da oben hier. Zack. Dich stehen Schlange rum erschossen zu werden. Ist das nicht schön. Zack. Irgendwas in die Luft gesprengt. Da unten sind noch so ein paar. Zack. 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 Das ist ja wie beim Arbeitsamt hier. Nur mal ziehen und hinten anstellen, meine Freunde. Ihr kommt alle dran. Glaubt es mir. Oh. Guck mal. Du stehst da ganz einsam rum. Jetzt nehmen wir. Macht ja nichts. Bist du bei deinen Freunden in, äh... Woanders. So. Noch ein Wagen. Zack. In deine Metallteile, mein Freund. Vorne. Das war mit Kühlegrü. Vorze. Auf jeden Fall. Beste Laune. So. Hier. Die Jungs. Die springen wieder fröhlich in ihre, äh... Äh... Heul doch nicht. Kommen sie zu da. So. Ab geht er. Zack. Lauf, mein Freund. Überall jetzt Mörder. Hier links und rechts und kaboom. Hier Feuer so ein bisschen. Herrlich. Wir laufen und da explodiert schon wieder was vor unserer Nase. Und da explodiert das nächste Gebäude vor unserer Nase. Und das ist wunderbar. Wenn man das hier überhaupt Gebäude nennen kann. Diese geilen Dachpappenhütten. Wundervoll. So macht das Spaß und nicht anders. So. Wir laufen hier auf diesem Ding weiter. Wir laufen nach da. Wir springen da runter. Und wir krachen voll in das Haus rein. Oh mein Gott. Hast du dir so gedacht, mein Alter? Zack. Weg mit dir. Weiter geht's. So. Da oben ist einer. Den hab ich jetzt leider nicht mehr ganz gekriegt. Wo ist er hin? Ja. Guck an da. Hier kommt zurück. Zack. Meins, mein Freund. So sieht das nämlich aus. So. Wir laufen hier lang. Wir laufen da lang. Wir müssen da oben auf das Dach drauf. Nummer 1 von dem Dach ist weg. Nummer 2. Jetzt zack. Los, komm in dein Knie, du Fotze. So. An den Mörser. Wir schießen jetzt mal ein paar Granaten. So. Da kommt ein Auto. Auf Wiedersehen, mein Freund. Zu mit Güle-Grill-Fortze. So. Ein paar Truppen. Guck mal. Ein Häuschen. Und das war's dann auch mit dem Häuschen. Da ist das nächste Fahrzeug. Es ist aber irgendwie dahinten stehen geblieben. Das finde ich echt ungeschmeidig. So. Das nächste Auto kaputt. Zack. Und noch ein Auto, was da lang fahren will. Zack. 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 Alle Jungs hier. Ihr müsst alle dran glauben. Ich glaube es nicht. Zack. Warm in your face. Leute. So. Wir springen jetzt einfach hier runter, weil wir sind ja harte Jungs. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier durch. Oh mein Gott. Ein kleines Röhrchen. Aber ich hab doch Angst, wenn es so dunkel und eng ist. Hallo. Mein Name ist Juri und ich bin Jungfrau. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Ich drehe dich durch, was du da so wieder erzählst. Hammer Scheiß. Man könnte echt meinen, du hast Probleme. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Neh, wa? So. Weiter geht's. Zack. Wir sind da. Zack. Da kommen Schüsse aus diesem Gebäude. Bam, bam, bam. In dein Gesicht. Boah. Steh nicht immer in der Schussbahn, mein Freund. Also Price, ne? Das finde ich jetzt echt nicht cool. So Granate quer da rüber. So bam, bam. Wegen Abschüsse bis Gelände und so. Haben wir ja gelernt in MB2. Bam, bam, bam. Den vom Dach runtergeholt. Da ist einer mit Raketen. Werfen. Jog. Face. Bitch. Weiter geht's. Ich hab gute Laune. Ich bin richtig heiß auf Töten. So wundervoll. Hier zack. So Granate da in die Mitte. Und wir sehen jetzt einfach nur irgendwen fliegen. Und noch. Boom. Da ist eine Leiche quer durchs Bild geflogen. Das war doch auch schön anzusehen. So. Nachladen. Und in das kleine Gebäude da rein. Guck mal an. Hier. Was haben wir denn da? Hier. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ist das schön. Die sitzen alle an der Bürotische. Wie das Arbeitsamt hier. Wie das Arbeitsamt. Zack. Flashbang. Mein Freund. Schönen guten Tag. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Kaki. Ich würde mal ganz kurz behaupten. Ich hab dir ganz böse gegeben. So weiter geht's. Guck mal da ganz weit. So rechts nach da oben hoch. Da ist ein Raketenwerfertyp oben drin. Mit Geschütze und was. Weiß ich nicht was. Schieß mich tot. Ist das Wahnsinn. So. Wir schmeißen einfach mal eine Granate rein. Komm hier. Zack. So. Die Granate hat gesessen. Und boom. Da hat es oben drin Kabum gemacht. Aber irgendwie ist keiner von denen gestorben. Ich verstehe nicht warum. Aber erstmal müssen wir kurz hinlegen. Und nachladen. Weil wir sind ja fast dabei drauf gegangen. So meine Freunde. Hört auf zu schießen. Und sterbt gefälligst einfach. Du lebst immer noch oder was? Hör auf jetzt. Jetzt ist gut. Ja. Jetzt ist Ruhe im Karton. Mein Freund. So. Zack. In dein Face. Ba-bam. So. Da oben auf dem Dach sitzt einer. Da sitzt noch einer. Zack. Voll in die Seite rein. Das nenne ich mal Leistenbruch. Alter. Haben wir. Weiter geht's. Mr. Canister in deine Kniescheibe. Das muss echt wehtun. Wie du lebst noch. Ganz uncooles Ding. Mein Freund. Ganz cool. Ganz cool. So. Zack. Guck mal an. Hier ist eine Tür. Das ist echt Wahnsinn. Wenn sie es weiß. Wer hätte das gedacht. So. Checkt es aus. Er springt da einfach rein. Voll hyperaktiv der Junge. Unglaublich. Wir laufen durch ein dunkles, abgebranntes Haus. So sieht es zumindest aus. Menschen. Weg mit dir. So weiter geht's. Da ist ein Hubschrapp, schrapp, schrapp. Aber das macht mir gar nichts. Warum zuckt der eigentlich noch? Der zuckt ja gar nicht. Ach guck mal. Zwei Jungs hier. Aber warm. Vorbei. Weg mit euch. Geht mir nicht auf die Eier, meine Freunde. Das ist echt uncool, was ihr da tut. So Verlaschbang da drüber jetzt glaube ich gleich erstmal. Ne doch nicht. Aber da rein. Kommt gleich eine Verlaschbang. Hallo Hundi. Ich geb dir einfach mal ganz freundlicherweise irgendwas mit. Auf deinen Weg. So. Wir schauen Granate da rein. Es macht gleich Bum. Bum. Sie ist eindeutig zu weit geflogen. Macht gar nichts. Ich hab ja immer noch die AK, mit der ich hier einfach reinlaufen kann. Wollte es so witzig ist. So meine Freunde. Dann komm ich dir mal hier um die Kurve. Zack, 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 zack. Zack, dich durch den Tisch geholt. Der kriecht da noch so ein bisschen rum. Hör auf zu kriechen. Bleib einfach liegen und stirb. An der Tür aufstellen. So, wir stellen an der Tür. Wir machen Vorstoß fertig. Zack, Tür aufgebrochen. Ein Hund. Der Hund ist tot. Boom. Den Schuss voll in den Hals. Drei Schüsse. Zack, eine Hubschrauber hebt ab. Mit irgendwelcher Fracht. Und dieser Hubschrauber ist einfach weg. So meine Freunde. Das war Mission Nummer 5. Wieder aufgetaucht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Blödsinn gelabert. Ne? Das war euer Kaki von VTGC. Guckt euch einfach unsere Videos an. BIOCH! Ohne Spaß. So fresh. Ach가 و flüss. Und der Musik 보� Gab. So we auch weres? guy zum Abheur. und bei uns zu verblseven. Und das war ich nicht all. Verste vale, du gib dich. Verste lic ist, dass ihm immer nicht zufrieden war. Just sucks, wenn diese secte egoist ist. Ohne mich überhaupt nicht. Allan, le Konst Lisa geht.